Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen News Video zu Cattle & Crops. Ja, es wird am 15.10. in der Version 1.0 released werden, also 15. Oktober, das ist nächste Woche. Und vorab habe ich jetzt schon die Möglichkeit erhalten, den Trailer zu sehen und auch zu zeigen. Und ja, ich würde sagen, schauen wir einfach mal rein. Ja, den kennen wir. Das ist der MB Truck, das ist der Klaas. Neue Maschinen sind meines Wissens auch keine hinzugekommen. Die werden wohl noch nachgereicht werden. Aber technisch hat sich wohl einiges getan in den letzten Wochen, Monaten. Und ja, wir werden es auf jeden Fall auch spielen wieder. Die Tutorial jetzt alle mal durchschauen. Und ja, ich freue mich drauf. Wusste nicht, dass man das aufklappen kann. Müssen wir mal ausprobieren, wenn wir im Spiel sind. Ah, hinten der Händchen sieht auch jetzt anders aus. Das ist die Bullenmast, ja. Das war der Hex da hinten, der da aufgeklappt ist. Also schon, ich bin mal sehr gespannt drauf. Ich freue mich schon sehr auf nächste Woche, wenn wir es dann tatsächlich spielen und zeigen können. Ich hoffe, ich kann es direkt am Donnerstag. Aber wahrscheinlich erst am Freitag. Aber schauen wir mal. Wenn die Funktion jetzt tatsächlich drin ist, dann wäre ich mega froh, dass man den anderen abschleppen kann. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Ja, da steht es 15. Oktober 2020. 20. Oktober 2020 wird es released werden. Ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen und ihr seid auch's. Ja. Ihr seid dann auch nächste Woche mit dabei, wenn wir uns das Release anschauen werden. Ich lasse es jetzt noch einmal laufen, ohne sich dazwischen Quatsch und wünsche euch viel Spaß. Ich lasse es jetzt noch einmal laufen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020